Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB 2. Unser Hauptthema heute ist das Sommergespräch mit Heinz-Christian Strache. Wir haben eine Fairness-Krise, sagt der FPÖ-Chef und fordert mehr Geld für Arbeitnehmer und Pensionisten und weniger Geld für Flüchtlinge. Bei uns die Live-Analyse mit den Journalisten Eva Linsinger von Profil und Klaus Pandi von der Kone-Zeitung. Der Plan, die Terrorzelle von Barcelona, wollte einen noch viel schlimmeren Anschlag verüben, aber alle Verdächtigen sind mittlerweile verhaftet oder tot. Licht aus. Erstmals seit 99 Jahren war heute Abend in den USA quer über den Kontinent eine totale Sonnenfinsternis zu sehen.